Die Diakonie Württemberg startet die Kampagne Platz für Asyl in Europa. Mit dieser Kampagne wollen wir gemeinsam mit Ihnen einstehen für das Recht auf Asyl in Europa. Das ist die Idee. Engagierte Menschen und Organisationen gestalten einen oder mehrere Stühle. Diese Stühle symbolisieren, dass es Platz für Asyl in Europa gibt. Bis Ende November wollen wir Zusagen für 400 gestaltete Stühle haben. Sollten es mehr werden, umso besser. Am 15. Mai ist unser Aktionstag. Kurz vor der Europawahl stellen wir alle Stühle zentral in Stuttgart aus. Nach dem Aktionstag stellen wir die Stühle drei Wochen lang in Stuttgart aus. Danach gehen die Stühle an Sie zurück. Eine Ausstellung bei Ihnen vor Ort bietet sich zum Weltflüchtlingstag am 20. Juni an. Die Europäische Union ist eine Wertegemeinschaft, die Grenzen überwindet, Frieden sichert und für die Menschenrechte aller Eintritt. Helfen auch Sie mit, dass das Recht auf Asyl ein Teil davon bleibt. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite. Dort können Sie sich direkt zur Kampagne anmelden. Die Europäische Union ist ein Teil davon.